Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Was wünscht man sich als Elektriker am meisten? Einen spannenden Job in einem ebenso spannenden Unternehmen. Da ist die Elektro-Seber GmbH in Kinding genau die richtige Anlaufstelle. Das Traditionsunternehmen wurde 1966 gegründet und beschäftigt top motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die haben es im familiär geführten Betrieb so richtig gut. Die Bezahlung ist mehr als marktkonform und die Arbeitsatmosphäre respektvoll und wertschätzend. Besonderes Augenmerk wird auf die wohnortnahe Zuteilung der Aufträge gelegt, weshalb die Heimwege kurz sind. Da freut sich auch die eigene Familie. Faire Arbeitszeiten, satte 25% Überstundenzuschläge, individuelle Fortbildungsmöglichkeiten sowie viel Abwechslung bei sämtlichen Tätigkeiten runden das erstklassige Jobprofil ab. Nicht zuletzt deshalb wird die Elektro-Seber GmbH von der Firmen-TV-Redaktion empfohlen. Verstärkung ist jederzeit herzlich willkommen.